Hallo und herzlich willkommen bei WettbonusTV. In der heutigen Ausgabe nehmen wir den Neukundenbonus von X-Tip unter die Lupe. Der Buchmacher ist einigen vielleicht nicht ganz geläufig, da er erst seit 2013 auf dem Markt ist, aber das Wetterangebot sowie der Neukundenbonus sind durchaus einen genaueren Blick wert. Der in Schleswig-Holstein lizenzierte Wetteranbieter bietet Neukunden einen Bonus in Höhe von 100% der ersten Einzahlung bis zu einer Maximalhöhe von 100 Euro an. Auf den ersten Blick vielleicht nichts Besonderes, aber die aktuellen Umsatzbedingungen mit nur dreifachen Rollover der Einzahlungssumme sind wirklich top. In diesem Video zeigen wir dir, welche Schritte notwendig sind, um den Bonus abzuholen. Zuerst musst du dich als neuer Spieler bei X-Tip registrieren. Dazu surfen wir auf die Webseite des Buchmachers und landen gleich direkt beim passenden Formular. Die Felder enthalten die üblichen Daten. Wichtig ist aber am Ende im Feld Willkommensbonus Sportwettenbonus auszuwählen. Im nächsten Schritt musst du deine E-Mail-Adresse bestätigen, um die Registrierung abzuschließen. Ein Klick auf den Link im Bestätigungsmail genügt. Auf der X-Tip Webseite angekommen, finden sich auch gleich ein wichtiger Hinweis. Nach Registrierung musst du innerhalb von 14 Tagen deine Identität bestätigen, zum Beispiel durch Übersenden eines Scans deines Personalausweises oder Reisepasses, da sonst dein Spielerkonto gesperrt wird. Für unser Video machen wir eine Einzahlung mit einer 10 Euro PSafe-Card. Die Mindesteinzahlung, um den Bonus in Anspruch zu nehmen. Natürlich kannst du auch eine andere Zahlungsmethode auswählen. Zur Info, wenn du den maximalen Bonusbetrag von 100 Euro bekommen möchtest, musst du auch mindestens 100 Euro einzahlen. Eine Besonderheit bei X-Tip ist, dass der Bonus erst am Konto aufgebucht wird, wenn man die Bonusbedingungen, im Moment dreimal Rollover bei Mindestquote 2,0 erfüllt hat. Neben dem Ersteinzahlungsbonus bietet X-Tip auch laufend weitere Promotions, wie etwa momentan ein Bundesliga-Tippspiel oder einen Kombi-Wettenbonus an. Alle Infos zu den weiteren Aktionen des Wettanbieters findest du selbstverständlich auf Wettbonus.com oder auf unseren Social Media Kanälen. Das war's auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und Erfolg mit euren Wetten. Euer Alex Trenker